Das war zu weit. Na ja, wenigstens hat das Angräder voll gut geklappt. Kann ich jetzt auch mal in dieser Lage hier verkacken, oder? Ja, so geht's auch nicht. Jetzt aber. Ja. Konzentration, wo bist du? Ach, auf Urlaub, schön. Ach, wenigstens ist es hier ein schöner... oder? Checkpoint. Checkpoint. Okay. 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 Wieso kann ich jetzt so wieder entspringen? Ich kann nicht wieder entspringen. Hallo? Ja? 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 Okay, ich dachte schon... ... 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 Okay, ich kann den also fast in die Glocke umgehen, oder, ich mach so, und fall auch runter. Das war ja fast gut. Das war mal fast kacke. Äh? Schade! Ich bin hachst noch, ich bin nicht in der Kacke. Hopp. Ich bin nicht länger, ich bin nicht geliebt. Das werte, ich bin nicht in der Kacke. Aber wir brauchen kein Glocke. Das war nicht in der Kacke. Ich bin ja. Ich bin johlen. Ja. Der hat es. photographiert. Okay, wir gehen da nach links hin. Schade. Ich schaue es auch. Irgendwann komme ich wieder. Bremse ich früher. Nein, nein, nein. Ich habe Zeit. Ich lasse mich jetzt hier nicht drängeln. Und schaffe es nicht, da durch den Trichter zu kommen. Das ist doch zum Konzentrum auch hier. Ich kann nicht dringend werden. Ich schaffe es nicht dringend. Ich kann nicht dringend. Ja, leck. Okay, ich muss doch Vollgas geben, glaube ich. Zumindest in dem Bereich da hinten. Aber das kriege ich auch gerne. Ich setze noch alle Challenges geschafft hier. Auch wenn es gedauert hat. Was blödes an diesem Level hier ist. Ich bin immer erwarten, dass ich die Bremse habe. Und dann ist das kein Fehler für Bauchhund. Nein. 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 Stopp, 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 stopp. So das schaffen wir das große Ding da um zu kommen und zwar mit Schmackes. Oder auch mit Gefühl. Sag bitte Checkpoint. Jetzt aber, Checkpoint? Checkpoint. Checkpoint. Okay, da war die Treppe und das ist jetzt ein Fahrstuhl. Okay, da war die Treppe. Okay, da war die Treppe. Dann ist das nicht. Okay, da war die Treppe. Das war's. Das war's. Was? Okay. Okay. Not enough. Ich kann mich nicht nur kliere. Hä? Okay, da könnte ich sogar rüber.. Oh mich ja Oh nein Warum nicht? Okay Ja, genau Ich sehe so ver... verdammt viel Ich kriege Schwung und... Oh nein, das war zu... schwung Das war wieder zu spät Und die falsche Richtung, aber... Okay, scharfen kann man es, glaube ich Ja, man kann es schaffen Ja, man bräuchte nur den richtigen Winkel, dann bräuchte man das hin Und man müsste es natürlich auch ein bisschen öffnen Und man müsste es natürlich auch ein bisschen öffnen Rechtzeitig, nicht zu früh Oder ich springe da einfach gegen die Wand und versuche den Vorsprung zu nutzen Okay Ich würde das Ganze einfach mal taktisch angehen Mal gucken, ob ich hier in der Wand langkomme Mal gucken, ob ich hier in der Wand lang komme Mal gucken, ob ich hier in der Wand langkomme Aber ich kann nicht mir das ganze Supergesprünge da sprechen Mal gucken, ob ich hier in der Wand langkomme Ich kann einfach so da rauf Achte darauf, dass ich jetzt nie-t Unterfälle Unterfälle Sollen wir in den Fahrstuhl gehen Und dann geht's hier links Es stört mich gerade ein bisschen, dass es kein Checkpoint gab, aber... Schlimmer ist, dass ich hier komme, muss sie werden Checkpoint Und hier bleibe ich Und hier bleibe ich Das ist aber ein Kurs für mich, ja? Wo muss ich lang? Was ist das? Echt jetzt? Echt jetzt? Muss ich wirklich jetzt hier rüber und in der Leading gehen? Ich muss dich nicht mehr erreichen, richtig? Da bin ich wieder mal zu doof, die nicht in Gang hier zu finden. Vielleicht muss ich es noch machen. Ah, sch...